...1972, als in der Bartolomeus-Nacht von Frankreich nach Deutschland geflogen sind, da haben sie tausende von mordbrennenden Katholiken auf den Fersen, kommen an die deutsche Grenze und dann meinen dazu, Herr Mogen. Wer hat den Buchdruck dafür? Bitte, wir müssen über die Grenze, wir werden geflogen. Erst die 32. Glockenbücher an das Tor. Also, was gelang mit deutschen Schlachtbücher Hermann den Karmuske im Jahr 9 zum ersten Mal? A, die Einstattung...